Sag mal, kennst du Mission Impossible? Kenn ich. Erkennst du da mal die Lungs mit dem Knopf im Ohr, ne? Unsere Mission ist nämlich Mission E39. Agent 39 bin ich. Du bist Agent 39. Heißt, ich schick dich jetzt los und du bist ferngesteuert. Ich sehe, was du siehst, über den Monitor. Und ich höre, was du hörst, über den Monitor quasi. Und ich sage dir, was ich sagen möchte, in deinem Ohr. Hier geht's zum neuen Video und hier unten zum Abo. Und vergesst die Glocke nicht zu aktivieren, sonst verpasst du noch ein Video.